Spannend am Cityliner. Man hat eine Achse, die gelenkt ist. Er ist nicht so wendig wie ein Motorwagen, aber nahezu und gibt gleich Platz für 27 Palettenplätze. Der Cityliner spart uns einen Umschlag und der Chauffeur, der den Aufleger ansattelt, in seiner Projektphase kann direkt den Aufleger ansatteln und direkt auf die Uhr gehen. Am Tag werden ca. zwischen 40 bis 50, 60 Aufleger aufgeladen und entladen und der Sattelaufleger vom Pflanzen kommt ca. 18 Uhr bis 19 Uhr ein. Beim B- und N-laden ist darauf zu achten, dass der LKW-Fahrer sich an die Richtlinien im Terminal hält und immer einen Kontakt zum Stapler hat. Wir vom Pflanzer sind immer am Bützen, am Weiterentwickeln. Wir haben mit den Herstellern gesprochen, ob das überhaupt machbar ist, einen Cityliner kranbar zu gestalten und ob das überhaupt geht, so einen Cityliner in einem sogenannten Taschenwagen der SBB zu tun. Da haben alle Lieferanten mitgeholfen und hat das ermöglicht. Wir haben auch unsere Bahnanteile nochmals ein bisschen steigen können. Aufleger! Aufleger! Untertitelung des ZDF, 2020